Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mods-Verstellung, die ihr aufgehauen habt. Wir schauen uns jetzt den Mod Rinderrassen in der Version 1.0 von dem Modder Gyu an, wenn man das so ausspricht. Der Modder hat das Ganze versucht ins Deutsche zu übersetzen, ist mehr oder weniger auch geglückt. Ich versuche euch das mal so treu wiederzugeben. Das ist ein Skript-Mod, der im Endeffekt auf die Rassen der Rinder, also hier im Verkaufsmenü beim Viehhändler, darauf zugreift und diese realistischer macht. Das Ganze basiert zwar auf den Animal Specs-Mod und wurde halt einfach in dem Fall nochmal überarbeitet. Der Modder selber schreibt dazu, dieser Mod ändert das ursprüngliche Vieh gegen neue Rassen und echte Namen und Eigenschaften der Rasse. Die rote Umfrage, also Redpool, in dem Fall Angus und Baraman, also Dils und diese Fücher hier, die aus da hier Escalabacho da kommen, produzieren keine Milch, aber die Reproduktionsrate ist höher, sodass sie zum Anheben und Verkaufen nützlich sind. Also im Endeffekt, man kauft hier von ein paar, die Reproduktionsrate ist relativ hoch, sodass diese schneller vermehren und dann, wenn ihr nur so eine Kuh kaufen wollt, dass die da besser dafür geeignet sind als andere. Deswegen kosten sie auch nur in dem Fall 2700 Euro, beziehungsweise hier die Angus kostet 5200 Euro, dazu aber gleich noch mehr. Ja, dann schreibt er selber dazu, die ersten beiden fressen, essen mehr Nahrung und produzieren daher mehr Dünger. Also Redpool und diese Anishir oder whatever. Die Letzteren mehr Wasser, trinken mehr Wasser und produzieren daher mehr Gülle. Also im Endeffekt diese ganzen Brahman hier, die saufen mehr, produzieren mehr Gülle, die beiden fressen mehr, produzieren dadurch mehr Mist. Soweit, so in Ordnung. Die Arischie, oder das Ding, worum man ausspricht, also sprich Dysir, und die Holstein, die hier, werden Milch in großen Mengen produzieren. Holsteins sind etwas teurer und essen mehr als das Vieh. Die fressen mehr als das Vieh. Soweit, so klar. Aber sie produzieren mehr Milch. Also die Holstein an sich ist eine klassische Kuh, produziert mal Milch, frisst deswegen auch mehr. Ich habe es versucht so ausbalanciert wie möglich zu machen, also lassen Sie mich wissen, ob es irgendwas gibt. Wenn Sie etwas verbessern können, werde ich es reparieren. Ja, so sieht es also im Endeffekt aus. Was ich mir noch gewünscht hätte, dass das hier irgendwo noch dasteht, also hier in Klammern, ich glaube der Animat-Spec-Smart hatte das so gemacht, dass man in Klammern dasteht, mehr Gülle, mehr Mist, mehr Milch, weniger Milch, ne, und so weiter und so fort. Das fehlt hier ein bisschen. Deswegen liest ich euch, ich verlinke direkt auf den, also nicht auf den Downloader, sondern auf die Seite. Ihr könnt euch das selber nochmal durchlesen. Vielleicht doch im englischen Original. Vielleicht werdet ihr da schlauer draus. Aber im Endeffekt ist es halt so, die hier produzieren keine Milch, inklusive die. Und haben eine höhere Produktionsrate. Die und die produzieren mehr Milch. Die frisst mehr, produziert noch mehr Milch wie die hier. Ja, und die anderen produzieren halt im Endeffekt mehr Gülle und mehr Mist. Für die Leute, die es realistisch haben wollen, sicherlich was Gutes. Aber ich glaube, das müsst ihr euch entweder in Ruhe durchlesen oder halt im Spiel einfach mal selber probieren, weil das würde jetzt den Rahmen der Zeit hier absolut sprengen. Was man positiv erwähnen muss, der Mod wirft nichts raus. Also keine Lockfehler oder sonst was. Ein einfacher Skript-Mod in dem Fall. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und in dem Sinne, haut rein. Tschüdelü.